Wer der Finsternis dient, gibt sich der Illusion hier... Du musst halt aufpassen, wegen der Munition. Nein, er dient einem höheren Zweck. Ich könnte ihm jetzt sowas von den Kopf wegschießen. Wow, mit einem Schuss sind sie tot sogar. Goll. Komm mit, zusammen finden wir ihn. Ah, ich seh ihn da vorne. Es ist so kalt. Okay, wir nehmen mal einfach so viele Waffen noch zusätzlich mit, wie irgend möglich. Und Munition. Können wir da durch? Nein, gut. Wir müssen halt aufpassen, wegen der Energiewahl, weil wir regenerieren uns nicht wirklich. Hast du das gehört? Brauche Deckung! Gib sie mir! Blutsack! Ich hab ihn gefunden! Ich lauf los! Geht mir mehr! Nicht mehr schießen! Weiß nicht. Schade, fast ein Kopfschuss gewesen. Egal. Wo ist denn der? Wo bist du? Ich bin sicher. Oh, ne Desert Eagle sogar. Nein, wo lachst du jetzt? Oh, die ist gut. Ja, dual kann man mit den beiden durchaus rumrennen. Okay, okay, okay. Schnell raus. Glaubst du, dass du dich vor uns allen verstecken kannst? Nein, ich verstecke mich nicht. Ich verstecke mich nicht. Ich verstecke mich, meine Brüder. Da drüben. Verpfeift. Aus dem Felsen ist nicht. Scheiße, das war schlecht. Das ist alles Lügen, Jackie. Es ist der Träger. Er hat mich geschnitten. Nein. Sehr gut. Ich sehe nur Licht. Wo ist die Fenster? Ich will mehr. Ich nehme den Schmerz ab. Nein. Oh, verdammt. Ich weiß, dass du hier bist, kleines Schweinchen. Wo ist er? Wo bist du? Bist du hier? Vielleicht ist er weg. Bist du da? Fleisch wird dir Schmerz. Zu. Hier ist ein langsamer Tod bestimmt. Du steckst hier irgendwo vor. Oh, das ist gut. Dual ist sehr gut. Deine Schwäche wird dich verraten. Nein, nein, nein. Das ist vorbei. Wunderbar. Okay, jetzt noch Munition aufsammeln irgendwie. Aber mit den beiden kann man hier durchaus umrennen. Das ist sehr schön. Die Waffe von unserem Dad behalten wir nochmal so. Die können wir, denke ich mal, erst später gebrauchen. Okay, wo seid ihr? Ja, das ist es. Gib sie mir. Ich brauche sie. Oh, nein. Mach ihn fertig. Tu mit seiner Leiche, was du willst. Hallo, Schädling. Nein. Geht spielen, meine Tiere. Oh, verdammt. Jetzt wirst du... Ach so. Hier. Macht. Piebig. Meine Fresse, hältst du nie das Maul? Nein, tut er nicht. Durchaus nicht. Irgendwo da ist er. Vorsicht, es ist Estakado. Ich werde das genießen. Ja. Okay, ich muss halt die ganze Zeit ausweichen. Der Träger ist hier drüben. Das wird Spaß machen. Jetzt noch mal auf, mich von mir wegzurennen. Das ist mein Blut. Weinst du? Ich liebe dich. Ah. Verdammter Mist. Oh, verdammt. Der Schmerz ist so schön Wo ist er jetzt? Mann Aber er ist fast tot, das ist gut Ja Ich find's ja nicht wieder mein Sehr geil Moment, etwas ist anders Ich fühle Leere Ich spüre Wie die Kraft weicht So, jetzt mal Schön so viel Munition wie irgend möglich aufsammeln Oh, ist sehr schön Wir haben unsere Finsternis wieder Bombe Besser kann es ja gar nicht laufen Okay, Piwish war ein sehr starker Gegner, muss man sagen Aber mit der Waffe unseres Dads Sind wir doch um einiges stärker Jetzt müssen wir aber wieder aufpassen vor dem Licht Befreie die Finsternis Oh, sehr gut Ich tue es für Sie Okay, Talente kaufen Okay, was wollte ich denn eigentlich zu Nächst Genau, hier wollte ich Das wollte ich hier Setze die Waffenkanalisierung zusammen mit zwei Waffen gleichzeitig ein, um Gegner automatisch anzuvisieren Das gehört uns Sehr gut, das heißt wir sind hier auch komplett fertig mit dem Baum Ähm Ja, ist die Frage, was machen wir so als nächstes Ich glaube, wir gehen hier entlang Killer-Hinrichtung Um zusätzlich Munition zu bekommen Ja, das können wir durchaus machen Aber ich bin jetzt schon fast fertig Ja, ja Ja, egal für dich, wenn überhaupt nur Aber ist okay Okay, wir haben gesehen, was die Waffenkanalisierung jetzt anrichtet Wow, ist der groß So wird es gemacht So wird es gemacht Okay, wir müssen jetzt auch wieder so viel Herzen wie möglich verzerren Oh Komisch, da ist Licht Oh ja, da ist wirklich Licht Und ein Relikt über uns Achso Ähm Wie kann ich denn das jetzt gewinnbringend anrichten Hm Ne, nicht so Also wir müssen auf jeden Fall hoch Ah Okay, ja toll Da haben wir jetzt die Brücke, aber Nein Wo sind sie denn Ach, die sind über uns Ich erkenne hier ein Geruch Es ist der Träger Ah, da Okay Hier Die Finsternis wird mir gehört Na, wenn haben wir denn Wo ist dein Schneewittchen, kleiner Mann Für die Ehre der Bruder Schast Ja, ja Jetzt wurdest du meine Waffen geworfen, Mann Ich hasse, wenn die mal meine Waffen wegwerfen Ja 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 Desert Eagle ist zwar auch nicht schlecht, aber ich hätte trotzdem Na ja, toll Ja gut, dann nehmen wir Die Desert Eagle so noch mit Ja Ja, wir können ein bisschen damit rumlaufen Jetzt muss ich aber hier an dem Licht vorbei So Lief doch ganz gut Da liegt zwar Munition, aber ist auch egal Die hatten Wumms Mein Relikt Oh, da geht's runter Ich muss noch ein paar Herzen verzehren Von den ganzen Gegnern, die wir ja wunderbar gekillt haben Aber es könnte sein, dass die ganz vernichtet sind Striker Nein Meine Güte Abgesägt Die Striker hier will ich mitnehmen Oh, da lassen wir aber unser Modell von unserem Dead liegen Die ist aber deutlich besser Ähm Ne Muss ich wieder Ändern Was hab ich jetzt gemacht? Machen wir mal so Gut Ja, machen wir doch kleiner Schrieg ich mal Schüri ihn ab Nicht ablenken lassen Töte es Oh Diese Arme wird uns alle greifen Nicht genug Schmerz Hey, einfach so Zack Dein Schädel Oh Ja Ich habe Waffen Ich komme Du Bastard Ja 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 Okay Talente ausgeben 900 haben wir 974 um genau zu sein Äh, wo lang wollte ich hier diesen Baum Du hältst mehr Gesundheit, wenn ein Gegner mit einer gesunden Hinrichtung ausgeschaltet wird Wir machen aber die hier mit der Killer Hinrichtung Können wir mit Fiek machen Muss ich mal gucken, ob ich das so auch schaffe Weil gewöhnlich drücke ich immer X Und warum ist hier ein größerer Raum? Kommen hier jetzt mehrere Gegner Ja